Hallo Leute und herzlich willkommen zu Lichis Mansion 3. Ähm, ja wir spielen heute, warte ich weiß gar nicht ob ich letztes Mal den Knopf eingesetzt habe, aber das machen wir jetzt einfach nur. Jaa. Das wäre ja wahrscheinlich die 8, das Filmstudio. Da gehen wir jetzt mal hin. Mal filmen mit Regen, ne? Das sieht gut aus, hmhm. Ok. Können wir hier... Ich könnte was machen. Jaa. Wollen wir lieber runter? Auf Ehre? Erstmal ein Diamant gefunden. Alles um. Okay. Ähm. Weiter geht's, oder? Ja. Ok, ähm. Können wir hier irgendwie was machen? Ok. Wir gehen da auch noch mal weiter. Das hier bestimmt noch irgendwas cool ist. Ok. Wir können hier einfach rein. Müssen wir hier brauchen rein. Ah ok, wir brauchen einen Schlüssel. Ok. Ok. Oh, das ist... Ok. Jetzt ist hier Strom längs gegangen. Und... Wir brauchen einen Schlüssel. Ja. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh... Wollen wir das noch machen? Und... Ich nehme das noch mal hin. Ja. Ich nehme das noch hin. vielleicht bei den bildern können wir aber auch nicht saugen oder so kritisch hier vielleicht Ah, warte mal. Ach ja. Ach toll. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Warte mal. Das kann doch auch so, oder? Nee. Ah, klar. Luigi. Soll ich jetzt weiter? Okay. Oh gut. Kann ich sonst aber glaube ich nichts bewegen. Ah. Komm mal durch. Ich glaube. Ah, warte. Hier müssen glaube ich das zuerst wegnehmen. Ja, genau. Jetzt kann er weg. Okay. Das war's. Gut, er sammelt auch ein bisschen Gold. Warte mal kurz. Ähm. Können wir irgendwie lohnen vielleicht. Oh Gott. Das wollte ich jetzt nicht. Ähm. Ich such mal noch ein bisschen. Oh. 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 Okay, wir müssten schon mal ein Megafon finden, damit wir ihn wieder glücklich machen. Oh, was ist das denn? Alles ne Spinne, okay. Geh ich da nicht durch? Hm, fahr mal runter. Hallo? Ja, geil. Warte mal, ich kann hier vorne durch. Aha. Ich versteh schon. Bestimmt kann ich den nicht einfach so reinfangen. Ne, okay. Ich versteh schon. Was? 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 Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Ich bin hier. Ich bin hier. Hier. Okay, ähm. Können wir hier rein? Ich bin hier. Wir müssen das einfach nicht reinfragen. Ich erinnere mich jetzt. Ich bin hier ein Marke. Hier ist ja das Megafon scheinbar nicht. Ich bin hier. Ich bin hier rechts. Weiß ich das nicht? Was ist das? Oh lol, das war richtig. Ok, Leute, dann fangen wir die doch kurz ein. Ähm. Okay. Okay, war mal. Okay, war mal. Wir haben den kleinen, so. Oh. Ich kann dir, dass die große. Oh Gott. So. 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 Dann wieder hier hinten. So. Was? War doch nicht so schwierig. Oh, was soll ich das vielleicht in jedem Raum machen? Oh Gott. Dann mach ich das mal. Hm. Wie bekommen wir nun? Mir gefroren. Alter, wie groß ist denn das Geld? Okay, wir müssen das Ganze mit Feuer versetzen. Und wo bekommen wir Feuer? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Vielleicht von der Rüben? Und das hier findet ja schon mal nichts. Ja. Ähm. Hm. Ja. Da. Du hast ja schonen. Ach. Du hast ja schon mal. Ich glaub das ja jetzt nicht, oder? Wo sollen wir jetzt Feuer bekommen? Da oben? Ah ne, das ist hier vom Green Screen, also Blue Screen. Ist die Spinne vielleicht verpackt? Sollte die nicht irgendwas machen? Sollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, weiter gehts. Ah, ne. So, nochmal gucken. Einer geht unten. Guck mal, die hat so ne Rolle. Das ist gar nicht echt. Kann ich vielleicht... Hä? Ja Bruder, was möchte ich denn machen? Ich komm hier. Oh, Alter. Hm. Oh, kurz wieder mit dem Tutorial. Hey Leute, wir müssen so viel machen. Und das Video ist halt jetzt schon... Was in der Wurteil bin ich jetzt schon auf 45 Minuten. Ähm. Ich würde sagen... Das war's mit dieser Folge Lütschenmenschenrei. Bis demnächst mal Leute. Tschau. Tag. 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 на Bis zum nächsten Mal.